Das Schlagwort Fachkräftemangel ist in aller Munde und jetzt sollen Rentner das Problem lösen. Auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz steht, Deutschland braucht Fachkräfte. Nur mit gut ausgebildeten Menschen können wir unsere Zukunft gestalten. Statt in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, sollen ältere Arbeitnehmer vom Meister zum Mentor werden und ihr Wissen an jüngere Generationen weitergeben. Das klingt, als ob die ältere Generation eine bessere Ausbildung als die jüngere Generation hatte. Ist das wirklich so oder liegt hier ein Missverständnis vor? Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Ich bin Jutta Martin. Lassen Sie gerne ein Abo da und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. In Zeiten des Fachkräftemangels setzt die deutsche Politik auf Rentner. Das Wort Fachkräftemangel dominiert die politische Debatte und die Lösung liegt offenbar bei den Rentnern. Schuld am Fachkräftemangel sind aber offiziell die 3 D. Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Demografie bedeutet, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und mehr Erwerbstätige in Rente gehen, als durch jüngere Jahrgänge nachrücken. Digitalisierung bedeutet, dass alte Jobs verschwinden oder sich verändern. Das Arbeitsleben wird digitaler und dadurch wandeln sich nicht nur Arbeitsplätze, sondern ganze Branchen. Es entstehen aber auch zusätzliche Arbeitsplätze mit ganz neuen Stellenanforderungen. Über das dritte D zu reden fällt mir etwas schwer, weil ich nicht unbedingt Verständnis dafür habe. Dekarbonisierung bedeutet, dass im Zuge der notwendigen Reduzierung von CO2-Emissionen mit den sogenannten Klimajobs neue Berufe und Arbeitsplätze entstehen. Allein die Politiker könnten hier einen aktiven Beitrag leisten, indem sie nicht so viel Flugreisen unternehmen würden, die aus meiner Sicht drastisch reduziert werden könnten. Vieles kann ja auch online erledigt werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Neuerdings wird mit Schlagzeilen wie, zitiere, Rente, nein, danke, Studie, darum wollen immer mehr Deutsche einfach weiterarbeiten, Zitat Ende, geworben. Das ist auch wieder so eine Verarsche, denn in der aktuellen Umfrage von Zing wurden lediglich 1000 Menschen im Alter ab 50 befragt. Und schon macht man daraus, dass die Lust am Arbeiten auch nach dem Renteneintritt bleibt. Nach der aktuellen Umfrage von Zing möchten 53 Prozent, also mehr als die Hälfte der Befragten, nach dem offiziellen Renteneintrittsalter weiterarbeiten. Allerdings werden Teilzeitmodelle bevorzugt. Die jetzt 50-Jährigen haben ja noch 15 bis 17 Jahre Arbeit vor sich. Ob sie dann später immer noch so denken, ist ja nicht gesagt. Der Zing-Arbeitsmarktexperte Dr. Julian Stahl sagt, Zitat, gerade in Engpassbranchen ist die Erfahrung älterer Beschäftigter unverzichtbar. Zitat Ende. Welche Branchen gehören zu den Engpassbranchen? Die größten Lücken bei Fachkräften haben wir im Verkauf, in der Kinderbetreuung und Kindererziehung, bei der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesundheits- und Krankenpflege, Informatik, Medizin, Altenpflege, Bauelektrik, Bauplanung und Bauüberwachung sowie in der Lagerwirtschaft. Man denkt über flexible Arbeitszeitmodelle nach. Ziel ist es, ältere Mitarbeiter weiterhin im Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass die Altersdiskriminierung in deutschen Unternehmen weit verbreitet ist. Mehr als jeder vierte Beschäftigte über 50 wurde schon mal aufgrund seines Alters diskriminiert. Ältere Arbeitnehmer werden häufig von den Führungskräften benachteiligt. Statt bewährte Arbeitskräfte zu unterstützen und ihre Arbeit wertzuschätzen, werden Menschen schrittweise auf das berufliche Abstellgleis geschoben. Welche Arten der Altersdiskriminierung sind so üblich? Es werden zum Beispiel Aufgaben unter dem Anforderungsprofil zugeteilt, der Aufgabenbereich beschränkt oder keine Angebote für Fort- und Weiterbildung gemacht. Bei Beförderungen werden ältere Mitarbeiter oft benachteiligt. Auch bei Bewerbungsprozessen werden ältere benachteiligt. So sieht es nämlich in der Praxis aus. Viele Unternehmen haben einfach Vorurteile gegenüber älteren Arbeitnehmern. Das aber sehen und verstehen unsere realitätsfremden Politiker nicht. Fachkräfte sind hochqualifizierte Personen mit Hochschulabschluss oder qualifizierte Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Geringqualifizierte sind Personen, die keine formale Berufsqualifikation haben. Eine Person ohne Berufsausbildung, aber mit langjähriger, sehr spezialisierter Berufserfahrung kann auch als Fachkraft gelten. Für die Anerkennung der Berufserfahrung ist am 1. August 2024 ein neues Gesetz in Kraft getreten. Es heißt Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz. Damit sollen zukünftig Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen, die Menschen ohne Ausbildung im Berufsleben gesammelt haben, formal festgestellt und bescheinigt werden können. Zuständig dafür sind die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern. Es gibt also durchaus Wege und Möglichkeiten, dich nicht immer nur auf die ältere Generation zu verlassen. Wie sind Ihre Erfahrungen, liebe Zuschauer? Hatten Sie auch schon mit Altersdiskriminierung zu tun? Schreiben Sie es bitte in die Kommentare und schauen Sie sich auch das Video über die Neuerungen ab August 2024 an. Das war's für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ihre Jutta Martin